Willkommen zurück zu Super Mario Odyssey, wir haben im letzten Part das Forstland von gleich zwei Problemen bereinigt und nun haben wir genug Monde um weiter zu reisen. Es geht also weiter in unserer Weltreise und kommen gleich 20 Monde dazu. Ja, war ein schönes Land, das Forstland, das will ich gar nicht sagen, aber wir kommen jetzt in die Nähe von Bowser und der scheint gerade im Cityland zu sein, also ab ins Cityland würde ich sagen. Das Cityland ist im Übrigen mein Lieblingsland, deswegen freue ich mich schon sehr drauf, das Land bereisen zu dürfen, denn sind wir mal ehrlich, es ist doch ein geiles Land. Aber dazu komme ich noch, wenn wir dann endgültig dort angekommen sind in diesem Land. Na dann, wollen wir mal weiter. Ah, was war das denn? Was ist denn jetzt los? Oh, wir haben Bowser doch schon schneller eingeholt als gedacht, würde ich sagen. Dann wird es doch wohl Zeit, dem Ganzen jetzt ein Ende zu bereiten, oder nicht? Alter, wie langsam ist denn sein Schiff, dass die Odyssey so schnell daran vorbeikommt? Und da ist er, Bowser höchstpersönlich. Wir sind im Wolkenland gestrandet, in der Nimbus-Arena. Was erwartet uns hier? Auf geht's. Da ist er. Und es sieht sehr nach einem Kampf aus. Mario, ich habe jetzt echt keine Zeit für dich übrig. Ich habe nämlich meine Hochzeit zu planen. Hast du auch nur die leiseste Ahnung, wie stressig das ist? Äh, ja, aber... Mir ist es ehrlich gesagt egal. Peach, ich werde dich befreien. Auch wenn du mal wieder selber schuld bist. Aber wir reden nicht drüber. Was macht er mit seinem Hut? Alter, er hat so einen Boxer-Wut. Und da geht der Kampf auch schon los. So, wir können nämlich diesen Hut hier nehmen. Und... Dürfen wir ihm gleich... Unsere Faust in die Fresse jagen. Und zwar jetzt! Bam! Erster Treffer. So fühlt sich das doch geil an, wenn man Bowser einmal endlich richtig verprügeln kann. Oh Gott. Er nimmt noch Fake-Hüte. Aber das ist doch egal. Kann man eigentlich... Oh Gott, er schmeißt noch Sachen. Aber das ist mir egal. Okay, er schmeißt noch mal weitere Hüte. Mit dem Hut. Yes! Sehr wichtig. Na, Bowser, jetzt hat deine letzte Stunde geschlagen. Oh mein Gott, das war knapp. Badadadadadadadadadabadababa! Bam! Okay, letzte Attacke von ihm. Aber jetzt ist er down! Epic! Was ist jetzt los? Er hat sich... Anscheinend wieder erholt. Und er hat nicht genug. Feuer! Nein, was machst du? Bist du jetzt komplett verrückt, oder was? Alter, er feuert auf uns. What? Alter! Er hat die Odyssey erwischt. Nein! Verstehst du jetzt, mit wem du es zu tun hast, Mario? Der meint es wohl richtig ernst. Und diesmal war es kein Scherz. Ach du Scheiße, was passiert jetzt? Wir landen in einem neuen Land. Allerdings nicht im Cityland, sondern im verlorenen Land auf Eiland Toxico. Äh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh nein, die Odyssey ist fürchterlich zugerichtet. Wir brauchen Power Munde, um sie wieder auf Vordermann zu bringen. An die Arbeit! Das würde ich doch auch mal sagen. Das ist aber eher ein kleineres Land, wie es aussieht. Deswegen wird der Part hier auch wieder etwas kürzer werden. Oh Mann. Natürlich! Den habe ich komplett vergessen. Am Anfang kommt ein Klepto und klaut uns Cappy. Gib mir wieder. Du Sackgesicht! Jetzt komm her! Na, das geht ja schon mal super los hier. Vom einen Problem gleich ins nächste gesprungen. Boah, das war knapp. In diesem Gift, da stirbt man instant. Ja, ich bin schon da. Ich komme, Cappy. Jetzt komm her. Scheiß, wie... Ich gebe dir den letzten Arschtritt. Und da ist das, fliege ich endlich weg. Puh, danke für die Rettung. Das eben war so gar nicht lustig. Ich hoffe, es bleibt bei diesem einen Mal. Ich kann schon mal spoilern, es wird nicht bei diesem einen Mal bleiben. Naja, egal. Lass uns Mone suchen. Okay, dann auf geht's. Das Vollörnerland ist vielleicht nicht das größte Land, aber es ist dafür echt cool. Also, wirklich ein schönes Land, muss man schon so sagen. Oh, da ist noch so einer. Komm mal her. Komm mal her. Komm noch mal her. So, ich bin noch auch ein Freund von Explosionen. Vor allem bei dir. Bam. Okay. So, was haben wir denn hier? Einen Mond. Let's go. Das geht doch schon mal schön los. Und... Na dann, gleich hoch hier mit den Wall Jumps. Ich hoffe, das reicht noch von der Zeit her. Oh, das wird knapp. Aber wir sind auf den Felsberghöhlen. So. Ich weiß noch, dass ungefähr hier genau da ist, der Mond. Aussicht auf Island Toxico. Na dann, hier haben wir einen Segelmander. Hier ist... Captain Toad. Joa. Okay. Dann würde ich mal sagen, reden wir doch mal mit dir, Segelmander. Ich reise überall hin, um von den höchsten Punkten hinab zu segeln. Dieses Fleckchen fordert mich genau... Geradezu heraus. Ich fühle das Adrenalin schon in meinen Adern. Karra. Okay. So, hier war doch irgendwo vielleicht... Oh Gott, warte mal. Ich glaube, ich lasse den Segelmander mal kurz. Nein, ich habe den... Nein, ich bin so dumm. Okay, warte, dafür hole ich mir hier den Mond. Das war so dumm. Dieser scheiß Schmetterling. Kacke. Okay. Ich hatte eigentlich was mit dem Segelmander vor. Das werde ich jetzt tun. Und zwar gibt es hier eine kleine Insel. Wo man drauf fliegen kann. Wenn ich die nur finden würde. Das wäre schon schön. Wo ist das denn jetzt hier? Bin ich dumm? Hä? Ich habe hier irgendwas... Ah, da ist sie. Yes. Yes, komm her. Gut. Und da haben wir nämlich auch einen Mond. Wunderbar. So, dann gehe ich mal wieder hier hoch. Weil der Schmetterling ist anscheinend zurückgekehrt. Dann will ich den mal catchen. Warte mal. Da geht es weiter, ne? Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Halt die Fresse, das gibt es doch jetzt nicht. Nein. Warte, Captain Toad ist verschwunden. Äh, okay. Soll ich ihn suchen? Ist hier was? Hier sind lila Coins. Cool. Okay, hier scheint Captain Toad nicht zu sein. Jungen Schnack, Herrchen. Was hast du eigentlich für ein Problem? Warum bist du hier oben? Okay. Zweiter Versuch... Dritter Versuch mit diesem Dreckschmetterling. Alter, er fliegt direkt da los. Okay, komm her. So. Ich mach's... Ich versuch's gleich noch einmal, wenn er jetzt wieder zurückkommt. Ja, er kommt zurück. Wie macht man das denn, Alter? Okay, dann, äh, würde ich sagen, lassen wir das erstmal mit diesem scheiß Schmetterling. Warte mal, man kann noch safe... Warte mal, ich springe hier auch von oben runter. Hat man nämlich... Bisschen mehr Zeit zum, äh, bewegen. Hab ich mehr Kontrolle. Äh, so, äh, wo war der? Da unten. Yay. Das geht aber nicht mit diesem Sprung. Das war richtig scheiße. Äh, man. Okay. Der Tod für diesen Part ist auch schon mal abgehakt. So, jetzt. So soll's eigentlich gehen. Also, geht doch. So, einen... Hab ich auch noch in Erinnerung gehabt. Der war nämlich hier unten. Ne, 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 hier nicht. Bei dir nicht, bei dir nicht. Der war hier. Auf der Seite irgendwo. Hier ist er. Da ist der Mond. Wenn ich da auch reinspringe. Dankeschön. Ja, geht doch ganz flott hier. Aber wisst ihr was? Wir haben schon knapp über die Hälfte. Wollte ich sagen, machen wir nochmal Schluss hier mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Like da. Und im nächsten Part machen wir dann den Abflug aus dem verlorenen Land. Und bis dann und ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen.